Bro, was? Was, Digga? Ey, nee. Leute, bitte, 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 bitte macht das nicht. Bitte macht das nicht. Also, guck mal, das Ding ist, ich finde das nicht korrekt. Hier bieten teilweise Leute ihre Paulberger Limo für 100 Euro an. Oder hier 20 Euro. Bitte unterstützt das nicht. Glaubt mir, wir sind am Nachproduzieren. Eigentlich die Nettos, die Edekas werden beliefert. Wir sind auf jeden Fall dran. Wir haben jetzt bei der nächsten Produktion die dreifache Menge bestellt. Ihr werdet früher oder später Paulberger Limo in eurer Hand halten und es probieren können. Aber bitte unterstützt nicht diese Leute. Ey, Paulberger Limo. Wird einfach für 100 Euro gehandelt. Ey, ich dreh durch.